Seid gegrüßt, meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder da. Neue Runde, neues Lück! Ach, der Heli hat schon gespawnt und ich stehe hier nur rum. Ups. Ich bin ja nicht aufgepasst hier. Warum hast du jetzt was an? Irgendwas stimmt hier nicht, ja. Wie kannst du nur? Ja... Das irritiert mich jetzt aber, dass er was an hat. Der Frid is still on the hill. Same location. I don't have an RPG anymore, though. Es sieht doch alles gar nicht mehr so scheiße aus in den Armen, oder? Okay, wir werden hier. Machen wir noch einmal mit? Ja, ich fand jetzt scheiße sah es vorher auch nicht aus, aber es sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ja, das ist wohl wahr. Es ist einfach ein bisschen freundlicher. Das Wasser, ey, das beeindruckt mich ziemlich. Wasserreflexion, sieht schon krass aus. Oh, ein Mohawk ist uns entgegen. Mhm, gerade gesehen, jemand. Umleitung. Nice. Ja, ja. Macht er gerne, der Keks, ne? Ja, ja. Bis ich gegenflieg. Auch sehr schön. Killfucker bis M320, was ist denn? Killfucker. Ja. Wir wollen Kreationen für King of the Hill. Oder er meinte einfach nur Killfucker, was? Ja. Er hat nur ein paar Wörter weglassen. Ja, einfach mal ein bisschen gespart. Hat das Level noch nicht dafür gehabt. Ja. Siehste, die anderen müssen nämlich droppen. Ja, können wir nicht bitte mal ein bisschen weiter nördlich landen, ey? Das ist immer wieder... Das Problem ist, da werden die Versicherungen nicht rausgeschossen. Ja. Aber ich frag mich, von wo? War schon gleich gegenüber von der Straßenseite, alles klar. Direkt rüber rennen, oder? Ja, ja. Wir sollten auf die linke Seite gehen, genau. Verschieben wir mal bitte gleich. Danke. Zaun. Ja, da ist die EG wieder. Ja. Ich bin getroffen. Ich lebe da gerade die Tür. What? Instant... was? Mit einer... Martin? Lieber 500 Meter vom Berg oben. Ja, die hat mich voll schon die Kille schlug. Fuck, Mann, Alter, ey. Drei, zwei, eins, jetzt. Danke. Bin wir da. Leider noch angezogen. Was geht denn da ab? Ja, an der Straßenseite auf jeden Fall wieder. Ja, ich verschieb wieder rüber. Das sind die Typen von vorhin. Wir sollten auf jeden Fall auch in die Zone rein. Ja, wir scheißen Martin. Verschieb jetzt erstmal auf die andere Seite rüber. Ja, ich geh jetzt auch auf die linke Straßenseite. Oh, ich wurde irgendwie schon wieder gehittet. Haken, schlagen. Ja, ich schlage, wie verrückt, Haken. Direkt vor uns. Au, 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 au. Boah, ey. Richtung Tower 3 dürfte das sein. Muss ziemlich close sein hier. Grundumsicherung, Grundumsicherung. Hunter, bei... 100 Grad ungefähr ich da raus. Fährt auf den Tower zu, Tower 2. Hat angehalten. Hab einen. Nice job. Ich hab diesen MX Typ hier, der die ganze Zeit rumschießt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben Tower 2 ist leer. Da ist einer downflash. Du bist drunter, oder? Ah, du bist gemuted, Flash. Fuck, da oben ist einer drin. Genau. Das wollte ich dir auch grad sagen. Ja, das sag ich die ganze Zeit. Jaja, du hast gemuted, Mann. Ich hab freundlich auf der Nacht. Also der ist nicht oben. Der ist nicht oben auf dem 2. Aber ich schau schon die ganze Zeit drauf. Der müsste bei euch unten sein. Kann man dieses E-Gamer-Gelaber irgendwie ausstellen? Nein. Du kannst von... Von... Genau. Runter. Kannst du den Chat, oder... Du musst mal hier sprechen? Nein, unser E-Gamer. Scheiße. Oh, das Spiel ist so lange, ey. But I don't fucking care what you're recording, guys. Shut the fuck up, get your own group. Mute your VON, man. Mute yourself, man. Ja. You don't have to... You don't have to ruin everybody else's. Oh, Gott. Jetzt... Jetzt nur noch schlimmer, Ralf. It's what it's for. Mute me, mate. Fallschirm Springer... Ja, I actually mute you. That's what it's for. Ich mute sie natürlich nicht. Das ist viel witziger, ey. Meine Affe ist... Bei uns wieder. Dann bei uns, oder? Ja, ich bin schon mal ein Stück voraus. Ah, ich verschiebe auch wieder. Ich komme auch. Kein Bock mehr hier. Um zu gammeln. Nee, macht doch keinen Sinn. Nee. Boah, das ist so eine... Die, diese Fleckerde hier so ätzend. So... So viel freie Fläche zu... Abgehalten. Äh. Ähm. Oh, und dann lauf gerade einfach. Guys, there's... People coming up to tower 3. Ach, Mann. They're entering the bottom level now. Tower 3? Bei 320 Grad liegt ein Sniper. Habe ihm eine Leitung angehtetet. Rickle, can you go to the roof? I think I can grenade the... The... The second floor. Grenade it. They're on the first... They're on the first level. I'm safe on the second floor. I can't get a grenade into the first floor. Kommst du dir, Ulrich? Die Elite, 20 Grad. RPG, RPG. Habe ich nicht. Habe ich. Hat abgemogen. Oh, 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 oh. Warte, warte, warte. Der steht, der steht, der steht. Holen wir, holen wir. One more alive. Ja, getroffen! Nice job, Mann. Ganz knapp getroffen. Schade. Ach nein. Sag bloß der... Doch du deine Engine fällst aus. Ja, der steht zack. Nee. Der Huron hält, äh... Auch mal. Der drückt zu geil. Hört mal. 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 Genauso der Ghost Rock. Irgendwie... Ja, okay. Nee, Ghost Rock habe ich vorhin in Instance geschwört. Ja, manchmal. Da hast du wahrscheinlich einen glücklichen Treffer am Motor gemacht. Ja, zweimal. Zwei. Zwei. Finges mal ein bisschen. Hört sie euch. Der Hilde. Kommt. Komm mal wieder zu euch. Uiuiuiui. Oh, ich werd angeschossen. Von der anderen Straßenseite. Wow. Oh, guck mal. Huron destroyed. Geht doch. Der ist tatsächlich doch abgestürzt, der Typ. Ich glaub denn seine Engine ist einfach irgendwann ausgegangen. Bootshäule sitzt ja auf jeden Fall auf der anderen Straßenseite, Ulrich. Ja, ich glaub... Wo weiß ich nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Da oben. Oh, sorry. Hier liegt er im Fenster bei... 60 Grad oben. Erste Etage. Okay, warte. Ich probier mal. Hinter der Tür? Hinter... Unter der Tür. Habe ihm Headshot gegeben. Was? Doch, der ist down. Gut, dann kann ich Keks jetzt reviven. Naja, easy. Voll in die Fresse. Das war schön. Geh mal rüber zu dem. Guck mal was der hat. Red Kits oder so. Dankeschön. Ich hab keine Waffe mehr. So, liegt. Komm mit. Ich nehm mich jetzt gleich mal. Ja, sind dabei. Shit. Oh, Beschuss. Au, 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 au. Kommt aus... Er hat nur ne THG gehabt, leider. Das ist mir egal. Ja. Er ist im Obergeschoss. Ich mit THG. Eli. Unserer. Pitzen. Ehm. Nö. Äh... NF... X11. Ich hab hinter dir Munizor... Ähm... Hingelegt. Ok. Hier oben. Ah, lol. Nice. Ja ne... Ich hab ja hier... Ja stimmt, du hast ja die Waffe verloren. So... Nice, 5 Magazine für die THG. Oh, nice, 11 Magazine. Boah... Ghost Talk. Ghost Talk Richtung... 320 Grad. Wenn der was fährt, dann bin der Bescheid da Oh Gott, was macht der? Wow Ich bin down Ich bin vom Ghost Talk down Ja, ich hol dich wieder Ja, ich bin relativ offen draußen Wow, wie schnell der einen weg macht, der ist echt krass Richtung 0 Grad sind sehr viele Leute, wo der Ghost Talk runtergegangen ist Er ist da Bitte, bitte Wow, der ist hingehlt Oh fuck's Zeilen Wow Loll Direkt bei mir, bei KX, im Haus drin Wo bist du? Da drin? Im Haus? Da ist oben drin Ja, warte, ich kann folgen Bin schon da Ja, ich bin angeschossen Bin hinter dir Hey Verbindung Ist der tot? Nein Definitiv Verbindung Ja Hacker Hacker Ja Was? Ich kann den heilen Äh, Sniper in Turm 3, zweite Geschoss Auf der rechten Seite am Fenster Zu eurer Richtung Hey, wenn der wird Ich bin tot Über 300 Meter Mathe, wahrscheinlich vom Kuppel oben Ich hol den Keks Ja Ja Du bist gleich schon beweiften 3 2 1 Dankeschön Seht ja immer noch da, der Psycho hier Ja, ne? Da ist unten, einer rein, unten, einer rein Mit Mathe, der kommt gleich hoch Der kann nicht mehr Warte, ich bin auch da unten Ich hab ihn Ich weiß, du bist so Ja, ich bin an der Treppe Pass aber auf, der hat von außen reingeschossen Ich bin unten Geh auf die Treppe, geh auf die Treppe Ja, genau War das der? War das der? Kann gut sein, ich hab den Namen nicht aufgepasst Nee, ja, ja, ja Aber geht eigentlich die Treppe runter, bitte Dann kann ich sofort runter verschieben Ja Hälfte Die drei Vorderlust ungefähr Danke 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 Jetzt ist er nackt Meine Waffe ist weg Achtung Beschuss, Beschuss, Beschuss Ja, von außen müsste er aus der Tür kommen, genau Ja, was machst du denn hier? Auf die Treppe Ja, ist nicht gut, da bin ich ruhig Ich kann nicht... Oh Mann, Alter, jetzt muss ich ganz hoch irgendwie Bin oben, bin oben, bin oben Go, 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 go Fuck, Alter Oh, der hat ein MK14, ne? Der Typ ist ja schön Das Haus ist scheiße, wir müssen hier weg, Leute Wir müssen hier einfach weg Ich bin schon raus Ich verschiebe auf die andere Seite Du musst die Magazine nehmen und Okay, okay Alter, war eine Tote Bild beschossen Ich bin down Weniger als 100 Meter, wie du PRG war das Au, 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 au Ich hab nur eine Achtenschuss im Magazin Ich hab nur eine Achtenschuss im Magazin Ich hab nur eine Achtenschuss im Magazin Gut, dass du sagst, wir haben eine Neugierde nachgeführt Jetzt hab ich sie Äh, bei mir, Ralf Bei Keks ist einer drin Es looted mich jetzt Was? Ich weiß noch nicht, wo du bist Guck auf die E-Mail Guck auf die E-Mail Ist down mit Acht Schuss, Alter Was hab ich getan? Sehr gut Sieben Schuss noch Soll der Haus clear oder was? Ne, ne? Ich bin unterwegs Ich durfte clear sein Ich weiß nicht, wie es unten aussieht Ähm Ich schau erstmal, dass ich oben sichern kann Ein bisschen die Umgebung Ist ja echt zu heiß Hier liegen so viele Leichen Na gut, da bei dir schon Ulrich, kannst du die reviven? Ja, ich bin schon dabei Alles klar Aber hier ist wieder Beschuss Ah ja, jetzt müsste das Tower 3 kommen Wenn mich nicht täusche Kann aber auch nur die Richtung sein Danke dir Ich versuch dich mal zu reviven Oh Oh shit, das Game, ey Boah Geht schon ewig Ja, der ist auf der anderen Seite links Auf dem Doppelstockgebäude Danke Der ist da dran Ich muss hier mal weg, ey Alter, gehts hier ab, ey Ich bin nur noch am sterben Warte Schon wieder? Nein, du bist noch Nee, ich dachte schon Alter, bei mir geht grad draußen die Welt runter Ich hab's gehört, Mann Ich hab's gehört Wir müssen alle, wir müssen looten Mehr looten hier Nachladen Ja, ich lad mal noch meinen Typen hier Oh fuck An meiner Position sind zwei Einer ist in dem Häuschen drin Und einer ist bei mir an der Leiche rum Du bist da liegen Oh shit, ja, was ist los? Kalf? Hast du noch Medikit für mich? Ja Ja Ich bin direkt bei dir Ich glaub 16 MK-17 Äh, MK-14 Also 7.62 Oh danke Das war mein letztes Okay, wir sind jetzt mal da drüber zu flash Will noch jemand? Ich hab' noch Ich hab' noch einen Ich hab' noch einen Ich hab' noch einen Ich bin down Die Granate, Leute, die Granate war echt ganz nah Hat er euch erwischt, oder was? Ja Na super, ich bin grad rausgerannt, wie's passiert ist Oh, ich lieg' auch voll schlecht Mhm Wir sind beide in dem Haus gestorben, wo ich gerannt bin Sind da viele tot Wollte ich respawn Nee, ich bin ja vor Ja Was stehst du denn da? Ah, der ist über mir Ah, super, jetzt bin ich auf'n der Oh Gott, direkt vor mir ist ein Fallschirm runter Ah, you kidding me Ich überweif dich gerade Ah, Armer, schneller Ich hab' schon respawned Ich muss nämlich mal Okay, der war schon tot Oh, die Granate Ah, was, Alter Nee, respawn auch Arschgesicht, man Respawn Respawn Boah Hast du nix Ah, nee, mit dem flieg ich nicht, ist ein Arschlöcher Ich hab' wieder'n Heli Alles klar Wie geht's denn im Norden aus? Ich kann ja mal versuchen, bei Turm 1 oder so zu landen Da flieg' ich mal ne große Runde Mal gucken, ob wir da sicher runterkommen Alles klar Das sind zwar die ganzen Blufo, Leute, aber mal sehen Genau, erstmal nachladen Rücken wir drauf Ja, da sagst du was Und bei euchs tausend Gewitter, bei uns ist völliger Sonnenschein, man ist echt verrückt manchmal hier in Deutschland Ich müde mich die ganze Zeit immer zwischendurch, wenn's so laut knallt Vorhin ist es bei uns auf die Welt runtergegangen, ey Vor allem, es regnet noch nicht mal Okay, hat doch schon angefangen gleich zu regeln Los, alle rein hier Ich bin drin Ja, das mit den Gewittern geht nächste Woche weiter Echt? Ja Aber ich hab gehört, das soll ab heute abflachen Mal sehen Wer schieß denn da ständig? Die letzten Tage hat mir das schon gereicht, ey, dass man einfach nichts mehr verstanden hat Du hast dich gerade nicht gemutet, als das Gewitter war Das war auch ein Husten Deine Hustenwolke Ja, eine Hustenwolke Ja, eine Hustenwolke Was spielt deine Freundin eigentlich? Griff? Ja Was spielt sie denn? Äh, jetzt gerade Witcher 3 DLC Blood & Wine Ansonsten Dark Souls 2 und 3 hat sie durch Sehr geil Ja, aber krass, krass man Dark Souls durch ist schon Hut ab Ja, es ist, also ich hab's nicht gepackt Ich war froh, er hat total gefrostet Was ist er noch? Diablo? Bloodborne? Ist er, muss er noch Dark Souls 1 will sie noch Und Dieben Souls Bauen wir weg Und Celi, landet Ist ja einiges zu tun, ey Ist ja ein Ghost Talk unter uns jetzt Ja Kann ich Kann sich so weit schießen, okay? Könnt ihr den mal ein bisschen im Auge behalten? Ja, ich hab ihn genau im Visier Wenn der auf uns schießt, dann sind wir Warum sollt ihr den im Auge behalten? Leider Co-Pilot Ist jetzt hinten drin, ich seh gar nichts Ich seh ihn, aber wir sind weit weg davon Ist jetzt links von uns Ah, der ist auf Genau auf Süden 180 Grad, ja Ja, jetzt ist es Den hol ich mir noch Ich sag's dir Ah, der geht ganz schön runter hier davon, oder? 22 Grad Der überlebt nicht mehr lange Weil, ne, komm, ist er weg Ja, der steht grad so schön ruhig Hey, neue Landezone Turm, Turm 3 geht da runter Der landet da Ballschirm Turm 1 müsste alle sein Turm 1 Shit, shit, shit Turm 1 Oder 4 Turm 1, ganz oben Turm 1, ganz oben Turm 1 Das war richtig scheiße Ich hab zwei Nice Nice, ruhig, sehr gut Ich geh in Turm 1 hoch Ich geh in Turm 1 hoch Der ist oben auf dem Turm Direkt an der Ecke Ich hab ihn Ich bin tot Hast du den oben im Turm? Ja Ah, ich bin down Am Helden ist einer Oder ist das einer von uns? Ne, der müsste da noch einer sein Der müsste noch einer sein Der müsste noch einer anderen sein Der kam grad hinter Einen von uns Der sich da hingelegt hat Und dann weg Oh, ab diese scheiß Frame Drops Ja Leute, diese scheiß Frame Drops Danke fürs zugucken Hat mir sehr viel Spaß gemacht Ähm, ihr kennt ja die Runden Wir nehmen sie immer live auf Deswegen checkt auch mal auf Twitch vorbei Twitch ReifingerTV Heiß ich da Und ansonsten Wenn ihr den Daumen nach oben da lasst Würde mich sehr freuen Dankeschön, macht's gut Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen